guten tag meine lieben freunde hier ist der gusua ich habe gestern so extrem ist übertrieben mit dem video marathon ja drei videos am tag alter der gusua eine panne nein ging natürlich darum ich hatte ja die videos ja vorm update gemacht ich habe sie am montag aufgenommen und dachte mir auch naja gut okay jetzt willst du nicht die nächsten zwei tage zusätzlich auch noch videos von vor dem update bringen das muss meiner meinung nach nicht wirklich sein und dachte mir kommt ihr könnt euch mal richtig gönnen und was ich wirklich positiv also wirklich positiv bemerken muss ist die klickanzahl auch bei mehrfachen videos am tag da habt ihr euch so extremst gewandelt also wirklich zuvor hat man wirklich gemerkt oh mann okay zwei videos am tag brauchst du theoretisch nicht bringen weil ja die klickanzahl geht so extremst nach unten dass es mittlerweile nicht mehr der fall das heißt also ihr feiert auch doppel folgen von mir oder natürlich auch mal eine dreifach folge ne also vielen vielen dank dafür jetzt seht ihr natürlich gleich das erste hier direkt ins gesicht gnadenlos what the fuck was der gusua ja und es ist sogar der richtige gnadenlos clan das passt aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie zu sehr selbst loben oder sowas sondern ich wurde vom heiko eingeladen der sagte ey pass auf wegen dieser wegen dem video von rosé das ja ist auch im klaren gut angekommen wie gesagt vielen dank nochmal dafür an jeden der gespendet hat in der situation und da sagte er dann auch die die würden auch nichts dagegen haben wenn du mal vorbeikommst und ich dachte mir halt auch gut okay ich meine ich bin jetzt eh relativ weit oben ich habe mittlerweile mein nächstes poki high erreicht also jetzt wurde ich ja wieder angegriffen logischerweise war eine def aber vorher hatte ich halt eben sechs pokale mehr und das läuft hier echt richtig richtig sweet klar klar natürlich logischerweise genial brauchen wir nicht weiter darüber reden das ist das war mir aber von anfang an klar ich muss mal gerade gucken ich habe die hexen da soweit ich müsste jetzt angriff machen dann könnte ich nämlich wieder hexen spenden weil ich muss auf mein spenden verhältnis achten weil ich natürlich immer relativ schnell hintereinander angreife mit meiner taktik kann ich ja meistens zwei manchmal sogar richtig richtig knapp dreimal hintereinander angreifen klar brauche ich natürlich relativ viel in der cb drin aber so ist das halt also wie gesagt vielen vielen dank nochmal an gnadenlos ja für die aufnahme ziemlich ziemlich geile sache und wie gesagt da dachte ich mir halt auch naja sowas kannst du dir halt nicht entgehen lassen so ich hoffe ich reiße den klaren nicht zu sehr runter von der statistik aber die sind auf jeden fall noch auf platz eins also hier das geht halt hier aber wird schon knapp sehe ich gerade also ja passt auf jeden fall sind aber momentan auch zwei weniger drin also ist das ziemlich geil nee also wie gesagt das passt auf jeden fall und genau jetzt wollte ich euch noch was zeigen und zwar nehme ich dazu mal meine ziemlich geile game capture hd die nicht gesponsert wurde sondern die mir von einem abonnenten geschenkt wurde vielen vielen dank dafür noch mal so jetzt haben wir hier ja ihr seht hier mich und meine familie auf meinem handy und ja meine apps die könnt ihr natürlich auch sehen das ist nicht das thema so jetzt gehen wir mal kurz auf app bounty unten rechts bounty bugs je ich habe 310 credits ist natürlich jetzt noch nicht so der knüller aber jetzt gehen wir auf open app bounty und dann ist es einfach mal so dass ich jetzt mal auf my codes gehe und viele haben ja immer mal gefragt oh wir wissen das wie ist denn das wie viel machst du damit wie viel machst du damit ich weiß wie gesagt über youtube money darf man ja nicht sprechen wisst ihr selber aber hier habe ich kein problem damit wenn ihr das hier mal seht das ist ja ihr könnt ja selber nachschauen wann ich das letzte video dazu gemacht haben die das erste video zu app bounty gemacht habe ich denke mal das wird ein jahr her sein ungefähr ja und diesen letzten code habe ich noch nicht eingelöst mache ich natürlich jetzt gleich werde ich mir schön gönnen und dann sollte es das gewesen sein dann gibt es nämlich wieder neue gems die ich dann wieder schön in coc verballern kann dass ihr das eben auch mal seht nebenbei aha okay das lohnt sich halt wirklich immer mal ein paar apps installieren dann kriegt ihr da auch die möglichkeit einfach mal eine 10 euro itunes gutscheinkarte euch zu gönnen Link dazu ist unten in der beschreibung bloß dass ihr wisst kriegt dann auch wenn das über meinen link macht mehr credits als also kriegt da gleich ein willkommensbonus sozusagen also dürft ihr das gerne machen und ihr unterstützt mich damit natürlich also sprich ich krieg 250 credits wenn sich einer von euch darüber anmeldet und bei android sind es glaube ich 100 credits also das kommt nicht von irgendwo werbung so Ne also das passt auf jeden fall da kann ich dann gleich loslegen und ach wisst ihr was das mache ich jetzt gleich ich lade das kurz auf und dann seht ihr mich gleich wieder so jetzt seht ihr das ja über die elgato hier wieder jetzt habe ich meine 77 gems jetzt sagen wir 1200 aufladen ich nehme meine touch id und ich sage ja kaufen und dann wird das halt eben mit meinem Guthaben verrechnet Ding hat's ordentlich klö gemacht und jetzt guckt euch das mal an also hier seht ihr das ja ganz normal noch in meinem Handy in meinem handy und dann zack machen wir das hier mal aus dann bin ich aber hier auf dem rechner über android drinne und klappt natürlich auch das hatte damit zu tun das kann ich euch auch mal sagen wie das denn funktioniert weil wie gesagt wenn ich ganz normal am rechner spiele spiele ich ja über bluestacks also sprich android warum geht mein normaler ja ios account auf diesem gerät man kann ja einmal diesen wenn ich jetzt sage geräte verbinden das kann man ja einmal machen mit alt gerät und neuem gerät und das habe ich von einem von meinem iphone aufs android im boostex gemacht und dann waren die beiden miteinander verknüpft somit kann ich diesen account auf beiden geräten spielen also sprich auf android und auf ios und deswegen kann ich eben auch gems aufladen weil sonst könnte ich das gar nicht weil ich da ja mich über google gar nicht auskenne muss ich ganz ehrlich sagen so jetzt genug dazu gequatscht weil wir wollen natürlich nicht in die länge ziehen so jetzt wollen wir aber noch mal gucken ob wir noch eventuell ein bisschen was spenden können kann ich natürlich erst wenn ich hier noch mal ordentlich abgeliefert habe ich gebe euch mal raus wenn es jetzt ewig dauern sollte aber seitdem ich echt jetzt im gnadenlos drinnen bin ging das echt richtig schnell ich hatte jetzt ein da habe ich wirklich mal 40 mal ja 40 45 mal geskippt und die anderen male wirklich 15 16 mal dann hatte ich ein richtig richtig easy townhall neuen gegner das war richtig nice hat mir leicht gefallen so ja wie gesagt ich es gibt euch raus dass es nicht zu langweilig wird na ich meine in dem bereich schade der entfernung ist sehr weit ja nach vorne gesetzt sage ich mal weil ansonsten hätte man sagen können gut okay hier kriegt man ja locker erstmal die 50 prozent aber ich gehe halt wirklich kein risiko ein also wie gesagt ich lasse mich gerne als totaler schisser bezeichnen vollkommen in ordnung aber ganz ehrlich das ist halt so und dann ist es auch in ordnung dazu stehe ich aber ich gehe halt einfach das risiko nicht ein und fahr damit halt einfach eine richtig richtig gute nummer und das läuft halt bei mir und mittlerweile ist es halt wirklich so dass wenn ich ja jemanden angreife dann muss der halt auch ein paar pokies haben also jetzt wirklich ein townhall 9 mit vier pokies ich probiere jetzt wieder das wort kappa aus meinem wortschatz zu streichen bei dem viele fragen was ist denn kappa was denn kappa ja wie gesagt auf cup bezogen also von pokalen und dann lasse ich das also wie gesagt deswegen pokies wieder so wie zuvor hier haben wir sieben pokies und wir haben natürlich richtig schlechten loot sieben pokies wären dann zwei bei einem toaster aber ah nee kommt leute wir wir probieren mal ein bisschen weiter also ich sage jetzt mal selbst wenn es jetzt 30 klicks noch mal sind man es dauert nicht ewigkeiten das passt alles und von daher ist das schon ganz in ordnung das passt nebenbei noch mal kurz erwähnt das video kommt heute so spät erst weil ich bin 16 30 genau 16 30 bin ich in unterkunft gekommen und heute bin ich auch in hamburg das heißt weil ich am montag nicht in hamburg gepennt habe hier geht gar nicht bringt gar nichts deswegen bin ich heute und auch morgen in hamburg das heißt eine richtig schöne doppel session aber ich war so fertig also nicht irgendwie schlecht gelaunt oder sowas was vollkommen easy alles alles cool alles cool sondern einfach nur wirklich fertig von der arbeit und dachte alter nee muss ich erst mal selber ein bisschen youtube gönnen habe mir ein bisschen mr trash pack angeguckt und habe mir gedacht gut okay ist nicht schlimm dass den deabonniert hast ich weiß nicht da kommt nicht mehr so richtig viel rüber es ist meine meinung und Ja also ich finde auch da WTF WTF leute ich meine ein bisschen loot hat er natürlich schon am start oder aber wie gesagt ich will es nicht riskieren ich will es einfach nicht riskieren hier auf der schnauze zu bekommen aber das wäre natürlich schon mal ein ordentlicher loot gewesen die aus gnadenlos würden sie jetzt sagen warum warum ich hätten doch gerne komplett platt gemacht aber wie gesagt ich halte den ball richtig schön flach und dann passt das nee aber hier wegen mr trash pack ich finde das mittlerweile einfach so sobald er dann eben sagt ja hier der und der hat jetzt irgendwie was sich die millionen abos geknackt oder dann hat er jetzt einen let's player vorgestellt der irgendwie an von einem monat auf dem anderen von 100k zu 200k gesprungen ist und dann oh ja ich hätte das auch gern und ich hätte das auch gern ich weiß das nicht also die die sache ist halt einfach mal die der hat irgendwie 680k oder sowas Er kann davon gut leben also so sehe ich das also von daher ist das doch in ordnung oder nicht also warum will man klar man möchte natürlich mehr ich will auch noch mehr subs das ist ganz klar aber ich stelle mich da nicht dahin so oh naja warum hat der jetzt ein bisschen mehr abos als ich ist doch quatsch so sehe ich das so 7 pokis nee nee ich also weil ich hatte heute einfach auch schon wieder welche mit 17 pokis und gleicher base aufstellung also jetzt vom vom stand her wo ich mir in echt sage gut okay dann hatte ich heute noch einen der hatte ein entfernung im bau den konnte ich mir auch schön genehmigen da gab es auch absolut keine probleme und ansonsten townhall 9 muss ich ganz ehrlich sagen habe ich noch nicht angegriffen da war ich noch ein kleiner oberschisser und ich meine klar hier wäre natürlich auch noch die möglichkeit wirklich einfach nur von außen halt ich sage jetzt mal zum beispiel mit bogies oder sowas komplett einfach zu klären und auf 50 prozent zu gehen bloß wirklich mit der queen weiß ich das läuft und fertig ist halt eine sichere nummer für mich und wie gesagt vom von ressourcen her für mich eine relativ kostengünstige sache im gegensatz zu jetzt zum beispiel zu naga why Guckt mal hier Den würde ich gerne angreifen weil wenn ich selbst wenn ich hier stehen würde Sollte der entfernen und mich nicht killen Ich probiere das Ah die puster Da geht mir die puste aber egal So sind die anderen ein bisschen abgelenkt hier zack zack kurz mauerbrecher rein. Jo Läuft auf jeden fall und Naja das ist echt so krass man muss da echt hinterher sein Da darf man nix vergessen Ja ihr mauerbrecher genau da sollst du nämlich hinlaufen dann macht hat nämlich auch spaß und dann macht hat auch ein bisschen so was wie sinn So jetzt hätte ich natürlich gerne noch für ich ja genau da rennen bitte hin rennt bitte alle dahin Naja gut Ich warte noch auf den moment wo ich merke scheiße der entfernung war gar nicht im bau das wird mir garantiert irgendwann auch mal passieren hoffe ich natürlich nicht aber Ich kann mir das so gut vorstellen dass das irgendwann mal passiert So jetzt natürlich hier noch ein bisschen Probieren noch ein bisschen was wegzumachen dass die queen halt nicht außen rum laufen möchte Ah schade die cb hat nicht lange gehalten Aber da muss ich auch wirklich sagen habe ich jetzt echt nicht so drauf geachtet ich habe halt wirklich gesagt gut okay kommen Passt aber selbst wenn sie jetzt komplett außen rum laufen sollte Hätte ich mit den prozenten keine probleme das sollte passen Hier kein risiko eingehen kommen Und wie gesagt an alle die sagen warum denn so viel rage warum denn so viel rage muss sein weil wie gesagt ab 5 Also ich will nichts falsches sagen also ich habe auch mal gehört ab 6 aber ich finde ab 5 ist die Stärke der heiler wirklich sehr 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 krass Krass dezimiert dass die halt dass du halt wirklich mit ich sag mal 10 heilern Nicht wirklich viel mehr reißen kannst als mit 5 ist einfach so Jetzt wäre es cool das ding genau und dann wieder zurück aber ich glaube nicht dass genau dass sie sich jetzt umdreht und sagt Hey hallo hier townhall ich will dich jetzt gerne mal kaputt machen Jetzt hoffe ich bloß dass die nicht dann da rein rennt Sondern dann außenrum rennt Ja die tesla ist noch vollkommen okay das ist alles noch spielkram Aber du solltest dich dann bitte nach außen hin bewegen und nicht probieren Die den entfernen oder irgendwie killen zu wollen Alter mir geht gerade richtig die tüte Ich habe gerade angst Oh ja Ja Oh mir ging gerade ich meine oh schade dunkles ey aber komm ganz ehrlich vollkommen egal heulen auf höchstem niveau Richtig cool Schade natürlich ich hätte gerne das townhall selber mit gehabt klar wäre dann natürlich noch einiges mehr geworden Jetzt sollte hier genau jetzt der bogeyturm und dann Noch das dass der einzel schaden halt wirklich weg geht hier noch schön das gold lager weg Nehmen das solltest du auch bekommen meine kleine queen Ja ich will jetzt hier den den spell nicht mehr weg hauen Komm das gold lager müsste noch gehen oder Mäuschen egal sucht das leben aber wie gesagt hier sehen wir halt noch mal schön auf 60 prozent immerhin und dann Ist das okay Läuft also einwandfrei wir haben guten bonus bekommen wir haben für die truppen nicht extremst viel bezahlt das passt alles Ich hau hier wieder meine rage spells rein und dann wieder hier schön aufladen und jetzt gucken wir mal ob wir noch jemandem die Doppelhexe spenden können Doppelhexe spenden können Weil wie gesagt ich muss da auf jeden fall gucken dass ich nicht negativ im klaren auffallen Eine hexe Schade er hat schon eine hexe drinnen und das habe ich mittlerweile schon mitbekommen dass 2 2 heißt er will 2 hexen ich stand nämlich da scheiße was heißt denn 3 mal die 1 Scheiße was heißt denn 2 2 3 und dachte mir kacke und Ja dann musste ich erst mal nachfragen natürlich dann stand ich da weil wie gesagt also irgendwie falsch spenden weil man es halt nicht anders weiß Ist halt eine sache die nicht geht und wenn jetzt irgendein anderer extra truppen fertig gemacht hat sage ich mal und wirklich nur noch auf die cb wartet und ich dann da stehe Achso ja rest bogies Sorry bogies habe ich gerade nicht Das ist natürlich dann mega fail und da wie gesagt will ich nicht negativ auffallen So na gucken wir mal was die dann schreiben ob da noch einer eine hexe will Und ansonsten werde ich dann auch wieder mal Angriffe aus dem eine millionen loot clan zeigen dass war da wieder ein paar Coole angriffe haben achso nebenbei wollte mal ein legenden gameplay sehen Zum beispiel hier eine verteidigung die Mit einem stern Noch ganz gut ausgegangen ist Gucken wir mal Wie gesagt dazu kann ich nicht sagen das müsst ihr euch bitte selber einfach mal geben Weil wirklich wenn ich jetzt da anfangen würde und sagen würde tja naja also ich hätte da ja anders angegriffen Ihr wisst selber da bin ich ein totaler low boy und Da möchte ich mich einfach gar nicht zu sehr aus dem fenster lehnen Und dann würde ich fast sagen alleine jetzt von von poki Von von prozenten her müssten die noch reingehen genau sonst wäre es nicht 54 Aber dann muss hier richtig richtig ordentlich abgeliefert worden sein Weil sonst hätten sie natürlich das townhall zerstört und das ist ja bei 54 prozent nicht der fall gewesen weil es ja nur in one star war Oder da hat er richtig glück der patty oder party ich will nicht falsch aussprechen Dass der kinder nicht aufs rathaus gegangen ist Fettes ding auf jeden fall Infernus brutzeln noch richtig schön und hier geht auch wieder eine queen down würde ich sagen jetzt wird sie gleich geraged zack Und das war's ich denke da hat sich der angreifer natürlich auch noch ein bisschen mehr erhofft Aber das lief nicht so wie er wollte Glück gehabt Aber Auch Minus 9 ist natürlich auch einiges logischerweise Aber Das lief ne also wie gesagt da könnt ihr gerne noch mal ein paar Legenden gameplays haben weil der clan hat sich auch bereit erklärt hat gesagt Na ja wenn du mal was brauchst ist das kein thema das können wir machen Und wie gesagt daumen hoch dafür noch mal Und wie gesagt hier jetzt gucken wir mal hexe Ne will keiner mehr so das soll es dann auch gewesen sein Für die heutige folge und dann Schaue ich mal weiter ich werde heute noch ein bisschen suchten und dann Passt das ihr haut rein ich wünsche euch was Ciao ciao